Hallo! Moin! Wie geht's? Raffa! Wie war der Besuch? Angenehm. War ein bisschen was weniger gewackelt als im Turbos haben wir. Bisschen eng war's. Muss ein bisschen schief sitzen. Aber wir konnten pissen. Das war sehr intim. Jet Set Live! Gerade hier landet schon im Shuttle zum Highfield. Und zwei Stunden auf der Bühne. Jetzt auf dem Highfield Festival angekommen. Ist etwas klapprig auf den Beinen, weil ich so dort gestanden bin und so ein bisschen krank bin. Aber... Ich habe meine geheime Medizin dabei. Vielen Dank, ich freue mich noch bei euch. Ich mich auch. Da brennt beim Maestro der Lunte hinter der Kamera. Du willst, dass ich jetzt was sage, ne? Nein, mein schönes iPad. Fantastisch! Scheiße! Nicht passiert! Ich bin umgestritten, weil das Medikament von eben hat mich gewirkt. Da ist irgendwas drin. Auf Champagner. Womit ich auch heute im Privatschild angefangen hatte. Ja, ich hoffe, dass es sich gut verträgt mit Parazitamol und Pseudo-Ephedrine. Ich glaube, es wird eine mega Mischung und es wird super knallen auf der Bühne. Weil wenn nicht, dann falle ich rum und puste nur noch und dann muss Maxim das Ding schmeißen. Ich höre Suse nicht so viel gerade. Meine Ohren sind noch verstopft. Die Leute denken immer, Jet Set Leben wäre einfach. Aber man muss mit so Sachen wie Drunkunterschied leben. Und deswegen ist mir auch egal. Ich werde die Buchrufe nicht hören. Ich bin ein bisschen betäubt. Ich werde die Becher nicht fühlen. Das ist für mich alles kein Problem heute. Ich werde mit dem Hate umgehen können. Anästhesiert. Alter! Das ist richtig beeilt! So! Kann ich auch! Ja적 Wohnen! He Els auch Prof D Ich werde dich glücklicher machen als du. Him-!!!! Him- heb- Him- Him- I- Ich werde dich glücklicher machen als du. Him- Him- Immer wieder Pipi in den Augen hier. Das Setup war richtig nett. Es ist nicht schwul, eine Herren an der Tasche zu tragen. Es ist einfach nur praktisch. Keine Ahnung. Hört immer mir zu. Ich habe viele wichtige Dinge zu sagen. Mir geht es übrigens besser als vorhin. Der Champagner und das Bier haben geholfen. In Kombination mit den Medikamenten, die ich eingenommen habe. Ich stehe wieder eins. Jetzt aber noch voll viel Zeit, bis wir wieder zurück in den Urlaub fliegen. Mega Trauer. Weißt du, so Probleme hat keiner von euch. Deswegen ist es voll süß. Ich darf mich in den Bus legen. Oder ich probiere es mich in den Bus zu schmuggeln von Alligator und noch 2 Stunden zu schlafen, weil die S vor spät losfahren kann. Ich probiere es jetzt. Wir sind auf dem Frequency Festival und fahren jetzt zur Green Stage. Ich bin einer von KIZ und habe hier um 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr einen Auftritt. Und freue mich schon. Wo ich herkomme? Er kommt aus Berlin, glaube ich. Ich komme direkt von der Straße. Ja. Eine Rose aus dem Asphalt bin ich. Ja. Auf jeden Fall. So kann man das sagen. Ja. Würde ich auch so sagen. Die Leute reden viel über mich. Aber sie liegen alle falsch, weil das, was ich bin, kann man nicht in Worte fassen. Stimmt. Nur ein Tanz. Ja. Man könnte mich tanzen, das, was ich bin. Aber dafür nie. Das versuchen wir jeden Tag. Wir sind Ehrenmänner. Wir lieben uns. Wir wollen Kinder. Was? Ja. 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 attorneys. Ja, dir Danke, Frequenzierer! Unvergleichlich, Martin! Tschüss! Und jetzt Champagner für alle! Hier ist es scheißen können! Mies, Digga! Du als Matrose musst es auch fühlen! Oh, eh, oh, eh, oh! 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 Hör mir raus! Was sagst du? Hör mir raus! Hör! Hallo! War ganz schön, Gerd? Hallo! Hör mir raus! Na, das war etwas zu spät, aber trotzdem schön! Das war eine Tritte, sehr gefreut. Schön, dass du hier bist dabei. Danke, dass du hier sein durfst. Das war ein großartiger Moment für mich. Danke. Geht ab, ihr Hurenzüge! Verrückt, das Gleiche habe ich auch gerade gedacht. Danke. Das war schade. Von der Idee 1 plus, äh, 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 ja. Ball, let's you go! Ball, let's you go! Jawohl! Könnt ihr noch ein letztes Mal durchdrehen heute Abend? Tief und zäh. Ich war wie in die alte Schlange, keiner kann so oft und so lange, keiner kann so tief, so intensiv wie, mal wie in die alte Schlange, äh, so sieht's mal aus. So sieht's mal aus. So sieht's mal aus. So sieht's mal aus. Oh Gott, der Champagne ist schon fast leer. In der Champagne alles ist, dann weiß man es ist Zeit, Stage zu roten, hier auf dem Chiemensee, Dings. Bleibt es auch schon Feuer und Flamme. Ich hatte heute ein bisschen gemütliches Konzert, wir werden ein bisschen runterdrehen heute. Das Motto heute ist Turn Down, Entschleunigen. Wir wollen den Leuten in dieser hektischen Gesellschaft eine Möglichkeit geben, ein bisschen runterzukommen. Und nicht immer nur Ramazamba, Halligalli. Die Sinnlichkeit, die sich auf seine Wurzeln bekennt, darum geht's jetzt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's für heute. Obwohl ihr feiern seid, obwohl ihr feiern seid, wart ihr echt gut. Ich werde jedem von euch einen Blas nachher, auch dem Traum stabilen. Könnte ich gerne ein Kilogramm von deiner Scheiße haben? Die Leute fragen mich nach meinem Live-Geheimrezept. Das Geheimrezept ist, dass ich vor dem Gig ein Kilo Scheiße fress. Yes, yes, yo, Kilo Weise, Dino Scheiße, das ist genau mein Ding. Ich bin ein Robben, Baby. Ich tanze nie. Aber ich kann mich einfach nicht mehr halten. Ich weiß, ich weiß, dass du kommst, wir den Robben da. Tada, da. Wir sind in Heidelberg, Heidelberg City, bei den Stiebers, am Neckar. Und wir besuchen die auch und ich brauche auch eine neue Schuhe. Guck mal, wie meine Schuhe aus sind. Dreckig geworden als Hip-Hopper. Geht sowas nicht. Ich weiß noch, wo ich das erste Mal Geld gemacht habe in den 12-10ern, bin ich direkt zum Footlocker und habe mir erst mal ein paar Sneakers geholt. Heidelberg, Stadt der Dichter und Denker und Philosophen. Über diese Stadt gibt es viele Strophen. Schön ist es hier auf dem Land. Der Bauer pflügt den Acker sand. Die besten Freunde kehren sich gegen dich. Nicht mal wert, ihren Namen zu nennen. Dieser Trick ist nur für dich. Weil du mich vor meinen Feinden bahnst. Wurde unbesiegbar, als du mich in deine Arme nahmst. Ohohohoho. Lünge Tag. Braah. Wir fahren jetzt in die Innenstadt und machen Frustshopping. Guck mal, was hier so geht, stylmäßig in Heidelberg. Aber Heidelberg ist ja auch so, so eine Hip-Hop-City. Hier, Hockenheim-Ring, 2015, K.I.Z. Ich hasse sehr, wenn die Leute mich tagegen. So, wundern zu werden, wir Freunde. Na, hier riecht es ja wieder. Verboten. Schrotz, die Schrotz, die Kräuter. Pass bloß auf, das Link in Bad, kann ich mich rufen. Du, ich bin auch... Wir haben die ganze Zeit kein anderes Thema. Ja, Tag hat morgen Geburtstag. Wir fahren heute rein. Und wir haben... Äh... ...ein Geschenk für ihn. Und zwar so ein Akku-Pack. Für... ...sein Smartphone. Da hat er... ...möglichkeit... Länger zu grinden. Länger zu grinden. Auf jeden Fall. Wir haben noch ein paar Party-Masken besorgt für uns. Und ich habe gehört, ich habe vernommen, äh... ...dass wir eventuell, wenn alles klappt, sogar noch eine Torte kriegen zu finden. Und einen Strip essen. Wo sind wir heute, Maximilien? Wo wir sind? Wir sind, ähm... ...Hockenheim im Ring. Beispiel in Rockenheim. Linke Park hat Rauchverbot ausgesprochen. Deswegen werden wir heute alle solidarisch rauchen mit den Leuten im Publikum. F**k yeah. Wollen wir noch auf den Tuch? Wollen wir gucken, was es ab geht. Wuhu! Mögt wie ihr seid, lasst euch das Rauchen nicht vernießen. Geht euer Weg. Macht eure Liebe. Sieben, Sechs! Happy Birthday to you! Happy Birthday, dear Tarek! Happy Birthday to you! Wie ist das? Fulls-Ball dort. Ja, danke schön. Wir feiern heute Tarek's Super Sweet Sixteen. Das ist so ein krasses Horrorbild, ey. Wanna vor mir in die Erechmee do Ihr favorite Tarek? Vielen Dank.